Ich habe schwere Herzprobleme. Ich habe Tachycardie, einfach totale Herzrhythmusstörungen. Im Grunde sind meine Leitungen in Ordnung. Das Problem ist die Elektrik, wie es immer am einfachsten zu erklären ist. Es war zufällig am 3. November, dem Geburtstag meines Mannes. Mein Mann arbeitet auf dem Bau und ist immer unterwegs, nie zu Hause, immer frühmorgens auf und davon. Unsere Tochter, die zu dem Zeitpunkt 21 Jahre alt war, studiert gerade. Sie ist zu Hause, geht ins Fitnessstudio und hängt mit Freunden ab. Sie hatte nicht erwartet, an diesem Morgen zu Hause zu sein, beschloss aber, einige Dinge auszulassen. Und so war sie zufällig auch an diesem Morgen zu Hause. Dass alles so göttlich ausgerichtet war, lag daran, dass ich an diesem Morgen einen Kurs hatte und mich gut fühlte. Es war einer meiner besseren Vormittage. Ich spürte nicht so viel Schwindel und die Anfälle und Symptome, die ich normalerweise bekomme. Also fühlte ich mich an diesem Morgen wirklich gut. Ich ging duschen und mein Mann sagte, ich bleibe einfach hier im Bett liegen. Er lag also im Bett, ich hatte die Badezimmertür offen und die Hunde waren auch auf dem Bett. Ich dusche, mache mir die Spülung in die Haare, weil ich sie dort stehen lasse und drehe mich um und schaue ins Wasser. Das ist der Moment, in dem ich normalerweise gebete und so etwas sage. Sobald ich mich umdrehte und auf das Wasser schaute, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Es gab keinen Moment, in dem ich Hilfe oder so etwas hätte sagen können. Instinktiv lehnte ich mich gegen die Duschwand und sobald ich die Wand berührte, kam mein Geist aus meinem Scheitel. Mein Herz hatte aufgehört zu schlagen und ich erlitt einen Herzstillstand. Das Schlimmste ist, dass man es nicht spürt. Es war wie ein Wimpernschlag. Als ich wieder zu mir kam, wusste ich genau, was passiert war und ich dachte, ich bin gerade gestorben. Ich sah, wie ich die Duschwand hinunterrutschte und mit dem Kopf auf dem Marmor aufschlug. Mein Mann rief meinen Namen und sagte, was immer du getan hast, du hast die Aufmerksamkeit des Hundes erregt. Und dann Kristen. Er drehte sich um und sah mich dort. Alles war so göttlich ausgerichtet, denn er musste mir immer wieder Herzdruckmassagen verpassen, da ich immer wieder blau und lila wurde. Er musste unserer Tochter zurufen, sie solle den Notruf wählen und es gelang ihr, alle Tiere in einen Raum zu bringen, die Tür zu öffnen und draußen auf den Krankenwagen zu warten. Gott sei Dank, denn wenn nur er zu Hause gewesen wäre, wäre es eine Herausforderung gewesen. Ich erinnere mich daran, dass ich herauskam, mir selbst gegenüberstand, mich fallen sah und sah, wie ich lila wurde. Mein Mann sagte, ich sei erst blau und dann lila geworden. Ich sah nur ein paar Dinge. Ich sah, wie ich lila wurde und ich sah das Gesicht meiner Tochter. Genau wie ihr Vater war sie konzentriert, sehr, sehr konzentriert. Dann ging ich in den Krankenwagen und sah, wie sie mich beatmeten und mich versorgten und dann ging ich auf die andere Seite, weil ich keinen Puls mehr hatte. Während dieser Zeit war ich etwa 20 Stunden lang intubiert. Ich war nicht ansprechbar. Schließlich bekamen sie wieder einen Puls, sodass sie mich ins Krankenhaus bringen konnten. Als ich starb, ging ich direkt zur Quelle, direkt zu Gott. Ich erinnere mich, dass ich herumgewirbelt wurde und das Gefühl hatte, oh mein Gott, ich habe vergessen, wie sich das anfühlt. Ich bin wieder da. Das bin ich. Menschen, denen ich bei anderen Nahtoderfahrungen zugehört habe, haben gesagt, dass es sich dort realer anfühlt als hier. Man ist einfach so lebendig, pulsierend und frei. Ich hatte keine Schwere, nicht nur wegen des Körpers. Die Leichtigkeit kam daher, dass ich keine Gedanken mit niedrigeren Schwingungen hatte, Trauer, Wut, Ängste. Alles, was in Christen war, hatte ich nicht. Es waren alles höher schwingende Energien. Ich bin dankbar, dass ich mich daran erinnere, denn es hilft mir jetzt, aus diesen Momenten herauszukommen und meine Führer zu benutzen, um mir zu helfen, aus ihnen herauszukommen. Wir haben wirklich ein Gewicht an niederen Schwingungsenergien und Denkweisen. Als ich mit Gott oder der Quelle sprach, sah Gott für mich wie ein riesiger Lichtball aus. Alles ist telepathisch. Es ist absolute, bedingungslose, reine Liebe. Ich kann es nur so beschreiben wie die Liebe deiner Kinder, deiner Familie, deiner Freunde, deines Ehepartners. All das zusammen. Aber selbst dann glaube ich nicht, dass es das erklären würde. Es ist einfach eine überwältigende, bedingungslose Liebe und Akzeptanz. Die Quelle sagte, ich hätte so einen tollen Job gemacht. Ich sage immer eher, weil ich katholisch erzogen wurde. Aber die Quelle ist wirklich männlich und weiblich. Die gelbe Wärme des Lichts, das von ihr ausgeht. Es ist, als würde man einen tiefen, armgelben Sonnenuntergang betrachten, vielleicht mit einem orangefarbenen Einschlag. Das ist die Farbe von Gott. Es war tiefgründig, denn während wir uns unterhielten, kamen Lichtstrahlen auf mich zu. Ich erinnere mich daran, wie ich nach unten schaute, ohne Kopf oder sonst etwas. Und diese Lichtstrahlen auf mich zukommen sah. Gott sagte, das seien die Gebete der Menschen, die für mich beten. Er sagte, du kannst sie ansehen und tatsächlich zu dieser Person gehen. Ich habe keine bewusste Erinnerung daran, dass ich das getan habe, aber ich weiß, dass ich es getan habe. Ich habe es einfach getan. Ich hörte die Leute rufen, manche weinten, manche flüsterten. Ich konnte hören, wie es allen ging. Ich konnte ihre jeweiligen Stimmen hören und einfach so hingehen. Es sah aus wie die Sonne, all diese Lichtstrahlen. Während der Nahtoderfahrung ist so viel passiert, dass ich gar nicht weiß, wo ich das alles einordnen soll. Meine Tochter ist von den Augen der Menschen fasziniert, denn wenn man sich die Augen von jemandem ansieht, sind sie nicht nur braun oder blau, sondern wie eine Galaxie, ein Nebel mit all diesen schönen Flecken und anderen Farben. Als ich im Krankenhaus lag, öffneten sich meine Augen und meine Tochter war ganz aufgeregt. Die Krankenschwester sagte, sie ist nicht da. Das ist nur die Reaktion des Körpers. Meine Tochter sagte, Mama, das waren nicht deine Augen. Sie waren flach. Wenn du also verstehst, dass es um Körper, Geist und Seele geht und Gott dich herausnimmt, obwohl mein Körper etwas fühlte, wenn jemand, Gott bewahre, von einem Auto angefahren wird oder so, kannst du sehen, dass er Schmerzen hat, aber Gott nimmt dich heraus. Der Körper kann fühlen, aber du nicht. Ich hatte diese Erkenntnis und meine Führer sagten, denk daran, du wirst dich im Nachhinein besser an all das erinnern können. Vieles von dem, was ich wusste, ist passiert. Ich erinnere mich daran, dass ich sofort mit Gott zusammen war, aber andere Geschichten über alles, was geschah, tauchten einfach auf. Es war die Erkenntnis, dass ich mich selbst nicht sehen konnte. Sie ließen mich nicht sehen. Ich konnte das Gesicht meines Mannes nicht sehen und meine Mutter sagte, du wolltest es nicht und du wolltest dich auch nicht sehen. Wir sind nicht unsere Körper. Wir sind diese Energie, die dieses Vehikel vorübergehend benutzt. Die Fähigkeit, nicht nur die Gebete zu erkennen, sondern auch die Verbindung zu unserem spirituellen Team ist entscheidend. Ich hatte meiner Mutter beigebracht, wie sie sich mit ihren Geistführern verbinden kann. Als meine Eltern auf dem Weg ins Krankenhaus waren, betete meine Mutter um ein Zeichen, dass es mir gut ging. Als sie im Krankenhaus ankam, stellte sich die Krankenschwester vor und meine Mutter war verblüfft, als sie hörte, dass der Name der Schwester Äppel war. Wir haben Spitznamen, meine Mutter ist der Baum und ich bin der Apfel. Denn der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Dass die Krankenschwester Äppel hieß, war ein Zeichen des spirituellen Teams. Wenn ich mit der Quelle zusammen war und Gespräche führte, ging es darum, wie schön ich das Leben meisterte. Es ging nicht darum, was ich hätte anders machen sollen. Die Quelle zeigte mir einen Lebensrückblick, der sich nicht auf meine Fehler konzentrierte, sondern auf die Freude, das Lachen und die Liebe, die ich mit anderen teilte. Sie erinnerte mich daran, andere zu erheben. Denn was wir aussenden, kommt zu uns zurück. Jeder, den ich gechannelt habe, war da. Auch Tiere, Führer und geliebte Menschen. Als ich nach Hause kam, erhielt ich Bestätigungen von Freunden, die Dinge sahen, die ich erlebt hatte. Was faszinierend war, wir sind alle miteinander verbunden und das ist wunderschön. Als ich mich entschloss, zurückzukommen, wurde ich zu den Akasha-Rekorden geführt, einer pulsierenden weißen Bibliothek mit hohen Wänden und einem Fenster, das Planeten zeigt. Meine Geistführer, mein höheres Selbst und die Lichtwesen waren dort. Ich wählte meinen Lebensweg und wusste, dass wir alles wählen, auch unsere Traumata und Erfahrungen. Es ist alles für unser Wachstum. Zu verstehen, dass wir unsere Erfahrungen wählen, sogar unsere Traumata, hilft uns, das größere Bild zu sehen. Nehmen Sie Ihre Reise an, denn Sie wissen, dass alles zu Ihrem Wachstum und Lernen beiträgt. Vertrauen Sie sich selbst. Seien Sie dankbar für jeden Augenblick und erinnern Sie sich daran, wer Sie wirklich sind.